Wir haben heute ein bisschen Stoff, darum gibt es nur ein Bild und zwar das vom Steven hier aufgenommen, vom Jänner mit Berchtesgaden im Vordergrund. Und man sieht ja auch wunderbar die Schichtung der Atmosphäre, unten noch die feuchte Luft in den Bergen, dann die trockenere Luft und ganz oben dann wieder ein paar hohe Wolkenfelder. Und wir haben etwas zu besprechen, unter anderem auch vom Günther. Der hat nämlich eine statistische Auswertung, die sehr interessant ist und untermauert, wie warm bzw. heiß der Sommer in den Bergen war im Jahr 2023. Und noch ist es ja nicht vorbei mit der Wärme oder Hitze. Grüße Sie und Grüße Euch. Da ist ja immer noch diese Luftmassengrenze, die begleitet uns nicht nur durchs Wochenende, sondern auch durch die nächste Woche. Und das ist der direkte Modellvergleich vom europäischen ECMWF-Modell und vom amerikanischen GFS-Modell. Jeweils um 17 Uhr der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe am Samstag. Das ist das europäische, das ist das amerikanische Modell. Die sind sich relativ ähnlich, zumindest was den Samstag angeht. Und achtet mal hier auf den Norden beim amerikanischen Modell, da kommt ein bisschen Grün ins Spiel. Das sind Temperaturen von um und unter 0 Grad in 1500 Meter Höhe, die am Sonntag volle Lotte reinbrechen wollen. Hier beim europäischen ziehen die östlichen an uns vorbei und beim amerikanischen Modell erreicht die 0 Grad Isotherme die Elbe und die Warmluft wird weit rausgedrängt. Und wenn wir da mal direkt reinschauen in den aktuellen Modell-Output, also Modell-Output bedeutet, der Computer rechnet da rum und sagt, ah, 22 Grad. Das sind nicht immer 22 Grad, aber im Groben. Da haben wir im Norden die kühlen Temperaturen, ansonsten wird es nochmal spätsommerlich warm mit über 20, teils um die 25 Grad. Und jetzt kommt der Hammer, und zwar der Sonntag. Ihr erinnert euch, gestern haben wir in diesem kurzen Update die Karte für den Sonntag auch gezeigt. Da war die rote Linie etwa hier und die hat sich ganz in den Südwesten zurückgezogen. Das sind die Höchstwerte von Sonntag laut Modell nach den Berechnungen. Und jetzt prüfen wir das mal ein bisschen und beginnen mit einem Ensemble für Stettin. Da gehen wir auch kurz über die Grenze. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Die Einzelberechnungen finden wir in Bund. Und je enger die zusammen sind, desto sicherer ist die Wetterlage. Je weiter sie auseinander klaffen, desto unsicherer. Und man sieht, da sind große Unsicherheiten dabei, auch immer wieder Niederschlagsignale. Und wenn wir hier mal auf den 9. schauen, 8.9., dann geht es hier deutlich nach unten. Ein Lauf bleibt oben und dann schnallt es wieder nach oben. Wobei der Hauptlauf hier in Hellgrün dann sehr weit nach oben, wieder nach unten, nach oben und so weiter. Also wechselhaft nach dem amerikanischen Modell. Das europäische Modell, aha, macht es hier auch kälter, geht dann auch wieder rauf, wieder runter, wieder rauf. Niederschlagsignale sind auch vorhanden. Diese Wetterlage hier in der Region rund um Pommern sieht sehr sicher aus. Wenn wir aber jetzt in den Südwesten gehen, Baden-Württemberg, Elsass-Lothringen, da schaut es anders aus. Da haben wir die Linie, die weit überdurchschnittlich ist und überdurchschnittlich bleibt. Hier der grüne, der Hauptlauf bleibt da oben. Es brechen aber einige nach unten aus, das Beispiel hier für Müllheim. Und hinten raus geht es dann weiter runter Richtung Mittel. Die Niederschlagsignale nehmen ab dem 12. Oktober zu. Und das europäische ECMWF-Modell macht es im Prinzip genauso. So, wir gehen nochmal auf das amerikanische Modell zurück und schauen uns mal die Differenz an. Der Hauptlauf liegt hier im obersten Bereich und da sind dabei die kältesten Läufe dabei, die 13 Grad niedriger noch liegen. Das bedeutet, im Nordosten ist die kühle Luft relativ sicher, aber die Wärme ist im Südwesten nicht so sicher wie die kühlere Luft im Nordosten. Es gibt also immer noch ein paar Fragezeichen dran. Schauen wir auf die Niederschläge vom europäischen ECMWF-Modell. Da wird der Norden nass in den nächsten zehn Tagen, der Süden weniger. Beim amerikanischen Modell ist es eher der Nordwesten und der Norden. Und dann nochmal ein paar Tage drauf. Da wären wir beim 20. Oktober, also der letzte Tag der zweiten Oktoberdekade, würde insgesamt nasser ausfallen. Vor allen Dingen auf der Alpen-Süd-Seite. Wenn wir schon mal dabei sind, wir sprechen mal die ersten drei Oktobertage an. Im Vergleich zu sonstigen drei Oktobertagen, also drei von 31, sind wir bei 4,75 Grad im Plus. Das höchste Plus haben wir im Nordosten, das wird in den nächsten Tagen hier deutlich abgebaut. Das niedrigste erstaunlicherweise im Südwesten. Wenn wir das jetzt auf den Gesamtmonat beziehen, also wäre der Monat theoretisch zu Ende, dann wäre das ein Plus von rund 7,2 Grad. Da gibt es welche, die würden mit ihren weißen Schüchen im Dreieck vor Freude springen, wenn sie das sehen würden. Das wird natürlich am Ende nicht so sein. Gestern gab es noch Sonnenschein im Süden. Fünf Sonnenstunden waren es deutschlandweit gemittelt. Die Tiefstwerte lagen bei 1 Grad auf der Alb, bei 14 Grad an der See und die Höchstwerte bei 12 Grad in den Mittelgebirgen. Und 21 Grad gab es einen Wert, und zwar in Regensburg, der aufgerundet ist. Ansonsten war alles bei 20 Grad maximal. Das ist der Oktober, wie er weitergehen soll. Das Grüne haben wir hinter uns, das Bunte vor uns. Und da sollen dann irgendwie hier dann bis zum 19. zwischen 12,3 und 12,9 Grad rauskommen. Beim Hauptlauf wären wir sogar abseits des wärmsten Oktobers aller Zeiten, den wir, richtig, im letzten Jahr hatten mit 12,5 Grad waren. Ja, müssten 12,5 Grad gewesen sein. Die Wetterlage am Freitag, sprich in der kommenden Nacht. Da haben wir das Hoch hier liegen. Wir liegen ein bisschen noch an der Ostflanke des Hochs und da kommt relativ kühle Luft noch herangezogen. Und dieser große Wärmeberg wölbt sich zu uns. Gleichzeitig drückt es die Kaltluft nach Süden, bedeutet, das Hoch zieht weg. Die Warmluft liegt hier, die liegt auf der Lauer und schadet mit den Hufen und will dann zu Wochenbeginn kommen. Es bildet sich aber an der Frontalzone, das ist hier die 552er, steht für 5520 Meter Höhe. Das ist in 5,5 Kilometer Höhe gerundet. Die Trennlinie zwischen Tiefdruck in Grün und Hochdruck in Rot. Und da ist ein Knick drin, da bildet sich ein kleines Randtief und das kann ein bisschen Stunk machen. Bringt hier eine Welle rein, macht eine große Welle. Hier ist die kalte Luft, dann kommt die mildere Luft und dann kommt wieder die Kaltluft. Und die Welle zieht dann durch, die bringt nochmal Wind. Und dann wird es ein bisschen anders werden im Laufe der nächsten Woche. Wir kommen im Südosten wieder auf die Tiefvorderseite. Im Nordwesten wird es kühler werden und vor allen Dingen sehr windig. Und jetzt gehen wir nochmal einen Zeitschritt weiter. Es ist nur der Hauptlauf mit entsprechenden Unsicherheiten. Aber es würde dann langsam die kältere Luft zu uns kommen und sich über Westeuropa nach Süden austrogen. Wir kämen an eine Luftmassengrenze, die nass werden würde. Und im Westen deutlich kühler mit den möglichen ersten Schneefällen in höheren Lagen der Mittelgebirge, wenn das so kommt. Der Hitzeblock verschwindet nach Osten. Der heutige Tag beginnt mit einem Regengebiet im Norden und ein paar Nebelfeldern im Süden. Im Laufe des Tages wandert dieses Regengebiet leicht südwärts, schwächt sich dabei ab. Es bleiben noch einzelne Schauer übrig. Ansonsten zieht es zu. Hohe Wolkenfelder ziehen auf. Da scheint die Sonne mal milchig matt, mal kräftiger. Aber es ist nicht ganz lupenrein. Der Wind ist in der Mitte und im Süden ziemlich in der Mitte und im Norden. Ziemlich ruppig, kommt aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen bei Höchstwerten von 14 bis 22 Grad. Der morgige Freitag bringt im Norden immer noch dichte Wolken und Regen. Sonst deutlich mehr Sonnenschein als heute. Der Wind bleibt, dreht nur ein bisschen auf Südwest bei Höchstwerten von 16 bis 23 Grad. Am Samstag haben wir schon wieder Regen und zwar im Norden. Ihr erinnert euch, da kommt die Kaltfront herangezogen. Sonst ist es sonnig, vor allen Dingen im Südwesten. Der Wind frischt stark bis stürmisch auf. Das ist insgesamt windtechnisch ein ungemütlicher Tag. Die Höchstwerte liegen im Nordosten bei 13 bis 18, im Südwesten bei 19 bis 26 Grad. Am Sonntag rauscht die Kaltfront durch. Da haben wir wieder viel Sonnenschein. Die Reste der Kaltfront stand derzeit. Freunde, da kann sich noch was ändern. Kann noch ein bisschen nach Nordosten ziehen, kann noch ein bisschen nach Südwesten ziehen. Aber stand derzeit reicht das Ganze von der Alb bis in die Tauern rein und dann runter an die Mur. Südwestlich davon ist es sonnig, nordöstlich davon ist es sonnig. Hier haben wir nordöstlichen, hier auch nordwestlichen, hier nordöstlichen Wind. Vor der Front sind es nochmal 20 bis 25 Grad, sonst nur noch 9 bis 16 Grad. Zusammen mit dem Wind fühlt sich das Kälte an. Der Montag bringt dann wieder viel Wind. Im Osten letzte Schauer. Es bleibt hier kühl. Von Südwesten wird es schon wieder wärmer. Die wärmere Luft setzt sich dann am Dienstag insgesamt durch. Die Wolken werden weniger werden. Es wird ein freundlicherer Tag. Auch der Wind schwächt sich ab. 13 bis 20 Grad noch im Nordosten. Am Mittwoch haben wir dann im Nordwesten wieder erste Regenschauer. Sonst viel Sonnenschein bei 18 bis 28 Grad. Ich bin jetzt ein bisschen runtergegangen von dem extremen Hauptlauf weg. Der Hauptlauf rechnet sogar knapp 30 Grad. Und dann käme, sind wir hier Mittwoch, genau Donnerstag, die nächste Front herangezogen. Mit einem Regengebiet, das diagonal über uns liegen würde und dann nochmal zurückwabert und hin und her gehen würde. An den Folgetagen vor dieser Front ist es nochmal sonnig und warm im Süden. Und dahinter wird es dann herbstlich werden. Da müssen wir dann auch nochmal genauer schauen. Das ist genau wie jetzt mit diesem Wochenende. Es geht hin und her. Schauen wir auf die Ensembles für den Norden. Viele bunte Linien hier. 5 Grad, 10, 15, 20, 25. Das ist jetzt im Norden erstmal so um die 15 Grad. Geht dann nochmal rauf. Ein paar Läufe gehen sogar ganz weit rauf. Aber im Schnitt sind wir dann nur noch im Mittel bei um die 15 Grad maximal. Entspricht auch der Jahreszeit. Die Niederschläge nehmen deutlich zu. Im Westen geht es nochmal rauf. Völlig andere Luftmasse. Über 20 an die 25 Grad. Hinten raus pendeln wir uns bei um und unter 15 Grad ein. Und es wird nass. In der Mitte genauso. Geht es nochmal rauf. Dann später um und unter 15 Grad. Es wird auch nass. Da kommt der Herbst langsam in der zweiten Oktoberhälfte herangezogen. Hatten wir auch schon besprochen in dem einen Video, dass die zweite Oktoberhälfte deutlich herbstlicher und auch nasser werden wird. Im Osten genauso Temperaturen von um und unter 20 Grad. Dann geht es nochmal rauf. Später auf um und unter 15 Grad mit entsprechenden Niederschlagsignalen. Im Süden, da wird sich nochmal die Wärme durchsetzen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt es nochmal aus. Ich sage das immer wieder. Und dann sagt ihr immer, der Sommer ist ja auch nicht zu Ende. Es geht nicht um den Sommer. Es geht auch nicht um die Temperaturen. Sondern es geht darum, was man draußen in der Natur machen kann mit dem Sonnenstand. Und falls noch ein paar Hütten in den Alpen, die haben jetzt alle zugemacht oder machen zu, noch offen haben. Hier geht es noch. Bei hohen Temperaturen und wenig Regen. Da ist Schluss. Alpin. Da ist bis 2000 Meter Höhe dann alles dicht. Da kommt dann der Schnee hin. In Aarau, in der Schweiz auch nochmal warm um. Die 25 Grad. Viele Tage. Da wird es nochmal spätsommerlich. Und dann stürzt es auch hier ab auf um und später unter 15 Grad. Und es wird nass. Der Hauptlauf geht sogar Richtung 0 Grad nachts. Und in Fürstenfeld. Da möchte so einer der ein oder andere Heim. Kennen ja viele gar nicht mehr. Da geht es dann nochmal rauf. Auch mit den Temperaturen auf der Alpen-Südseite. Hinten dann runter. Die Niederschlagssignale gehen rauf. Und jetzt gebe ich ab an den Günther, der mich gefragt hat, ob er mir dazu was sagen soll. Und das ist mal wieder sauspannend, wie warm es in diesem Sommer in den Bergen war. Ich übergebe an Günther und eventuell bis später. Sehr geehrte Freunde von Wetter, Schnee und Klima. Ich melde mich mit neuen Daten. Und die sind mega spannend. Das sind Daten vom Sonnblick-Observatorium. Also ein Observatorium am Gipfel des hohen Sonnblicks auf etwa 3100 Meter Seehöhe. Das Sonnblick-Observatorium ist weltberühmt und dort werden seit 1887 Temperaturdaten gemessen. Also seit 137 Jahren und auch Schnee, Niederschlag, also alle atmosphärischen Zustände. Die Messung der Daten ist aber nicht immer gleich erfolgt. Und jetzt kommt schon der erste wichtige Punkt. Diese Datenreihe ist homogenisiert. Und zwar wurden die Messinstrumente von früher oder die Ergebnisse mit den Messinstrumenten von früher an die heutigen Messinstrumente angeglichen. Sonst kann man die Temperaturen überhaupt nicht vergleichen, weil Temperaturmessen eine schwierige Sache ist im Zeitraum von Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und die ZAMG, der österreichische Wetterdienst, hat länderübergreifend mit europäischen Partnern den HISTALP-Datensatz kreiert. Und das ist einer der besten Klimadatensätze, die wir auf der ganzen Welt haben. Und hier sehen wir die alpine Vegetationsperiode Mai bis September oder auch der sogenannte Gletschersommer. In diesen fünf Monaten entscheidet sich für die Gletscher alles, in den sieben Wintermonaten fast nichts. Klingt komisch, ist aber so. Und jetzt schauen wir uns einmal die Extremwerte an. Die Gletschersommer 1912 und 1913 waren sehr kalt. Zwei Grad Celsius kälter als das Mittel des 20. Jahrhunderts, was hier die Nulllinie darstellt. Und damals sind die Gletscher stark angewachsen, haben an Masse zugenommen. Und am Ende dieser Periode um 1920 sind die allermeisten Alpengletscher vorgestoßen. Rechts der Mitte in diesem Chart sehen wir die Periode in den 60er und 70er Jahren, wo die Gletschersommer zumindest kühl waren. Nachdem dazwischen eine deutliche Erwärmung war in den 40er Jahren. Und am Ende dieser kühlen Periode um 1980 sind immerhin noch zwei Drittel der Alpengletscher kurz vorgestoßen. Und seit Ende der 1970er Jahre sehen wir die Misere. Seit Rudi Carell gesungen hat, wann wird es mal endlich wieder Sommer. Seither ist es Sommer geworden. Immer mehr, immer mehr. Und 2003 hatten wir den Jahrhundertsommer und der Sommer 2023 war genau gleich warm. Wir haben den Rekord vom Jahrhundertsommer eingestellt. Und die grüne Kurve ist das zehnjährig gleitende Mittel. Und auch dieses ist auf einem Allzeitrekord. Das heißt, der Gletschersommer 2023 war der wärmste Ex-Eco mit 2003 seit mindestens 137 Jahren. Und vermutlich können wir Jahrhunderte zurückgehen, dass ein Sommer wärmer war. Vermutlich war der Sommer 1540 wärmer als der heurige Sommer 2023 am Sonnenblick oben. Aber das ist alles Spekulation am Chart. Aber das sind Tatsachen. Danke, Servus.